Ah, hier. Ab in den Jobunterricht! Hey! Ich kann doch nicht hören! Entschuldigung, könntest du was tun? Na ja, egal. Okay, okay, und wo ist das schon? Da oben. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ich glaub, sie ist umgeblieben. Wut! Wieso, Junge? Nein! Halt schon fest! Nein! Ich muss sie schnell hier absetzen, ja? Hier hat's ganz. Oben auch nicht. So. Oh. Wie geht's? Nee. Hier ist ein Rampfer. Halt von Schrei. Ja, wie war der? Ja, gar nix kann. Okay. Ich nehm es einfach an, da hinten ist nix mehr. Auf der ist die ganze Zeit noch hoch. Ja. Ja, hat's die Freunde. Ja. Ernie McMillan. Ist das der kleine, der uns die ganze Zeit fotografiert. Nein! Mhm. Mhm. Entschuldigung. Ich bin Harry. Ich muss basteln. Ist das Silber? Ja. Sieben von acht. Wie hier denn? Oh, die da oben. Entschuldigung. Muss schnell sein. Ja. Ich bin ein Liebster. Hannah Abbott. Keine Ahnung, wer Hannah ist. Hannah Abbott. Hannah, Hannah, Hannah. Und dann bitte auch mal auf. Ah ist das nicht. Mhm. 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 Und ich gucke mir hier ein Wicht im Mobius. Okay, trügel. Bisschen Geld sammeln. 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 Und jetzt ... Bisschen Geld sammelt. Ich will wieder raus, bitte nicht liegen. Ich will wieder raus, bitte. Deine arme Katze! Ich wusste nur noch, dass es zweimal ging, aber ich weiß sie nicht mehr. Dann auch explodiert oder so. Die Kammer des Schreckens vor der Geöffnung. Or the Cave of Secrets. Auf englisch. Fand ich komisch. Aber egal. Allgemein alles komisch ein bisschen bei Harry Potter. Ich hab das einmal gesehen, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Weil ich das noch wusste. Ach Gott ey. Die Fingers. Ah, der andere Typ ist da. Ah, so cool. Das ist gut. 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 Und ich schau dir wieder. Zudem spiele die da. Oh, guck. Nefa, ist jetzt auch ein Spieler. Was ist das? Verdammt, verdammt! Oh, jetzt hab ich's. Fink bitte das Spiel. Ah, okay. Jetzt baust der drüben wieder was zusammen. Cool. Ist da noch mal was? Nein. Die Pädchen, hiiii. Ein Poster. Die Bilder find ich cool. Und die Bibi sind. Dobby, böser Dobby. Hagrid, wir brauchen dich. Du musst ziehen. Und die Bibi sind. Hallo. Ich glaub, das soll der goldene Schnatz... Der goldene Schnatz sein, oder? ... ... ... ... ... ... Ach, ein paar Festen. Da noch Post da. Ich bin schon fast, ich bin schon fast, ich bin schon fast. Oh, weh! 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 Komm! 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 Dobi, hör auf damit! Hier ist er, Dobi! Was definitiv nicht vor ist! Tschüss, Gargoyle! So, da! Gehen wir auf! Das passt schon! Ein Poster! Kein Poster! Kannst aufhören, Dobi! Okay! Oh, wir sind selbst! Ich hab' da doch nur noch einen Beben gehalten! Hallo! Gibt's einen Beben? Oh! G likelihood? Wir sind jeden Tag so ganz*** Nein! Ich bin zuerst an Spirits! Nein, ich glaube... Nein! Oh, shit! Ah, oh shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh! 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 Tau! Oh! Hm. Hm. Um... Oh! Nein. Danke, dass du meine Schmerzen wegkriegst. Ich hoffe, dass du das auf der Knochen wegkriegst. Was ist das? Okay. Okay. Madame Pomfrey kann's haben, so ich benutze in der Schule erst im späteren Jahr. Okay! Madame Pomfrey! Hoppy! Oh nein, was passiert bloß nur? Nein! Moment! Ich bin hier noch lange nicht fertig. Oh so, Madame Pomfrey! Alles klar. Ich weiß nicht, hier oben springen. Irgendwie. Sie braucht das nicht! Hallo, Kleiner Zwerg! Okay, ich brauch das nicht. Was ist denn hier oben vor? Oh, und... Da ist noch eins versteckt. Hallo? Ich bin der Wind Blatt. ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Okay. Hmm, was kommt das? Nichts Fröster, dass er den Ernst auch betrinkt. Kann man das Ding? Kann man die Alrone nirgends einkaufen? Kleine Alronelein! Oh, was ist denn da hinten? Kann nicht. Ah, doch, da hinten! Oder? Ich muss das wissen. Ja. Ja. Kleine Alronelein ist noch getopft. Ist noch nicht zackstückelt. Jo. Nein! Noch ein Licht. Noch ein Licht. Das nervt mich. Kleine Person vielleicht? Ja. Irgendwer, der dann Doppelsprung machen kann vielleicht. Ja. 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 Kein wahrer Zauberer. Kein wahrer Zauberer. Machen wir noch ein Kapitel? Ja. 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 Ja.